Hallo meine Lieben, heute bin ich wieder mit einem Make-up Tutorial zurück. Die Halloween-Zeit ist ja jetzt rum, deswegen kommen jetzt wieder die ganz normalen Beauty-Videos von mir. Ich habe jetzt mal ein Model mitgebracht, das ist die liebe Melissa. Ich verlinke euch mal ihren Instagram-Account unten in der Infobox, dann könnt ihr mal bei ihrem Profil vorbeischauen. Wie ihr schon beim Awkward-Posing gesehen habt, geht es eher um einen herzlichen Bronze-Orange-Look, einfach auch um ihre blauen Augen mehr im Vordergrund zu stellen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich die liebe Melissa so geschminkt habe, dann bleibt doch bitte dran! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.